Wenn wir unser Leben ernsthaft betrachten, dann sehen wir, wie leer es ist. Man kann sich mit Tagträumen betören oder mit Vorstellungen und Bildern. Da wird es umso wichtiger, dass man entdeckt, warum der menschliche Geist Bilder entwickelt. Warum entwickeln wir Bilder? Bilder aus Ideen, Symbole, Konzepte und gemäß diesen Symbolen, Bildern, leben wir. Haben Sie nicht schon beobachtet? Wenn Sie mit jemand in Beziehung stehen, intim oder nicht, dann haben sich Geist und Denken schon ein Bild gemacht. Warum entwickelt der Geist, das Denken, das Gehirn, diese Bilder? Es ist sehr wichtig, das zu verstehen, weil das der Grund sein könnte, die Ursache, warum Menschen nicht leben. Wenn Sie sich selbst beobachten, die Aktivität des eigenen Denkens, des Geistes, von Herz und Gehirn, dann haben Sie gesehen, dass Sie in Ihrer Beziehung ein Bild von ihm oder ihr haben. Warum? Bitte stellen Sie sich diese Frage selbst. Sie, die in dieser Welt leben, voll von Spaltungen, Unordnung, äußerstem Elend und Depression, Verfall, warum haben Sie ein Bild? Ein Bild zu haben, von was auch immer. Gibt das Sicherheit? Wenn man ein Bild von jemand hat, dann fühlt man sich sicher. Denn der andere bewegt sich, klebt, strebt, drängt. Und ohne ein Bild von der Person müssen Geist und Herz, muss alles ungeheuer regel sein. Und bei den meisten von uns ist der Geist träge, benebelt, umwölkt, ohne Feingefühl, Beweglichkeit, ohne Auffassungsgabe. Wenn man ein Bild hat, glaubt man zu wissen. Aber Sie kennen weder mich, noch Ihre Frau, noch Ihren Mann, noch Ihren Freund. So schafft das Wissen durch das Bild Wohlbefinden, Sicherheit. Und so verfallen allmählich Gehirn und Geist. Denn dann wird man träge, man gibt sich zufrieden, man stellt nie das Bild selbst in Frage, man zweifelt das Bild niemals an. Beobachten Sie das in sich selbst. Finden Sie heraus, ob es wahr ist oder nicht. Ohne das gibt es unmöglich Ordnung im eigenen Leben und daher auch nicht außerhalb. Die Gesellschaft erschafft jeder von uns. Sie ist nicht das Produkt von Unbekannten aus ferner Vergangenheit. Die Gesellschaft, in der wir leben, erschaffen wir Menschen. Durch Ehrgeiz, Gier, Konkurrenzkampf, dauerndes Abmöhen. Durch Eidelkeit und Aggression und so weiter. Die Gesellschaft ist also, was wir sind. Deshalb ist wichtig zu verstehen, solange wir uns nicht radikal ändern, Leben wir in einer kaputten Gesellschaft. Wir fragen also, kann man dieses Leben leben, ohne ein einziges Bild zu haben? Das heißt, gibt es auch Sicherheit jenseits der Bilder? Kann man sich wohlfühlen? Kann man psychisch unverwundbar sein? Nein, gibt es so einen Zustand. Keine Sicherheit durch Denken, durch Bilder, Symbole, durch Schlussfolgerungen und Ideale, denn die geben keine Sicherheit. Sondern nur die Illusion, sicher zu sein, können sie folgen. Wie zwar das immer gleiche nachdenken, das ist doch nicht so, was Sie auch nicht so. Das ist ja das! Sie haben ja schon einSpace, aber können wir, als angelsinchen, ja! Eher, das ist ja geil. Das ist nicht so, was Sie, Also das ist ja, das ist ja auch nicht so, Und wenn Sie weiß, so, das ist ja auch nicht so, das ist ja auch nicht so, dass sie es geht. Untertitelung des ZDF, 2020